hallo liebe freunde jetzt willkommen zurück zu einer neuen folge fc24 create my team hier bei heisenberg zockt ja der herr rowe eieiei der hat wirklich ja kurz vor schluss gegen karlsruhe noch das unentschieden gesichert mit einem ja energieanfall anders kann man es gar nicht sagen komplettes ja es war im prinzip kein zusammenspiel ist einfach durchgegangen und dann in die kurze ecke und dem torwart an den arm und rein ging das ding eieiei tolle leistungen vom kleindienst okay also das spiel ist mit ihm zufrieden ich denke ich eigentlich auch oder sagen wir wir ich hoffe ihr seid mit ihm auch zufrieden hat er doch ein paar tor geschossen und im letzten spiel hat auch wieder getroffen gut wir gehen mal zur post genau trainingsplan was sonst apropos trainingsplan ich würde sagen wir machen mal folgendes hier bei der mannschaft bei wo hatten wir das denn wo habe ich denn jetzt jetzt habe ich den durcheinander wo haben wir denn das training hier so ja das habe ich glaube ich gesucht genau weil dann machen wir hier nicht mehr fokus auf leistung weil wir haben gesehen die fitness die geht da tatsächlich völlig flöten sondern wir gehen hier mal beim herrn frank gut das ist der torwart auf fokus auf energie trainingsplan konzentriert sich auf die erholung der spieler das wäre gut dann haben sie fitness und erhöht ihre fitness aber jetzt hat die bissigkeit beeinträchtigt also ich weiß nicht ob das viel schlauer ist wir können mal machen wir machen das mal also alle fokus auf energie macht er hatte das schon und dann sehen wir ja was das für eine auswirkung hat ich bin gespannt weil es dann noch in den kommentaren dass das falsch ist aber begründet wird es leider nicht jetzt hoffe ich dass es richtiger und falls es richtiger wäre gerne kurz noch dazu schreiben warum ja weil wir halt tatsächlich natürlich erholter in die spiele reingehen also das ist mir klar aber eben wir haben dann die bissigkeit nicht was haben wir denn bei den ersatzspielern ausgeglichen ne fokus auf leistung moment ich muss wirklich zu den ersatz spielen mass sei ausgeglichen okay ist der torwart die haben wir fokus auf leistung bei ihm bei den anderen ach so ja das wurde hier halt separat wieder angemahnt ja wir lassen das mal so gut gehen wir zurück weiter zentrale was ist das nächste spiel gegen lautern okay das wird natürlich auch wieder ein hartes stück arbeit hier sehen wohl hertha hat immer noch nicht gespielt gehen wir weiter und gucken jetzt sind die ziele gefährdet ja sag mal warum sind denn da kommt einiges daher ja gehen wir mal gucken scouting sehr schön mal schauen aber leute oh ja wir haben leute wir wollen wir verpflichten 2 94 sag mal jetzt geht es aber los hier da können wir die 88 eigentlich in ruhe lassen gut oder das sind da zwei sehr gute union noch mal scouting bericht noch mal 94 ernst ja ernsthaft jetzt ja gerne logisch sagt den hier dann haben wir hier spieler chat ich bin letzter sehr gut in form ja der möchte immer spielen das ist eigentlich schön der ist ehrgeizig aber das könnte ich auch nerven wir denken mal darüber nach würde ich sagen gut dann können zurück dann sind wir bereits beim spieltag wollte ich sonst noch was machen wir haben was wichtiges eigentlich nicht doch schnell im büro gucken da geht das geld hat schon runter okay 53.000 wochen budget ist natürlich ein bisschen weniger bedenkt dass allein der herr corona irgendwie 20.000 kostet pro woche an lohn aber dann ist es halt gut wir gehen rein würde ich vor oder nee wir schauen noch schnell noch mal oh lauthorniert hat sich auf der 5 äh auch mit weniger spielen okay haben jetzt alle anderen schon spiel und wir haben es noch nicht ja guck mal jetzt hängen wir hinterher mit dem spiel okay das heißt für uns jetzt sind wir auf der 4 ja die herr hat uns überholt okay können wir aber korrigieren natürlich wenn wir die lauter schlagen die lauter können uns aber bis auf einen punkt ja auf den hals rücken okay gut wir müssen einfach das spiel gewinnen ist eigentlich eine relativ einfache geschichte ich würde jetzt hier tatsächlich noch mal training machen finde ich so schlecht nicht ich finde die anordnung das habe ich gesagt doof äh nicht sammle trophäen einem gottes widel achso ich könnte hier oben noch was machen moment wir machen mal schuss training schnelle schüsse das ist schwer angriffsszenario ist ausgegraut aus irgendeinem grund ach kann ich noch nicht machen konterszenario ich würde das mal machen äh eben das gute daran ist ich habe dann schon mal wenigstens ein zwei minuten was gemacht sonst gehe ich immer relativ kalt ins spiel rein oh das war ganz schlecht ja der trifft aber zum glück nicht wir müssen halt an den ball rankommen und dann konter fahren wenn ich das richtig verstanden habe machen wir mal ja das ist so schlecht nicht behaupte ich der müsste halt laufen der läuft wieder nicht hier der kollege fischer jetzt läuft er doch noch da bin ich beruhigt äh was war das da wird mir sozusagen der ball geklaut sag mal ist es denn wahr ja falsch antizipiert aber da haben wir die kugel nochmal wir müssen glaube ich nicht mal kontern aber war da nicht das thema schuss also wir müssen irgendwie den ball befreien also wir müssen im prinzip eine abwehr machen auch stark jawohl aber ich möchte auch dann oh das war ein schönes dribbling ei durch die beine durch ja keine chance ich verstehe ganz gerade nicht was das sein soll hier da kommt er mit tempo weil das war doch konter haben wir doch gehabt ja da bin ich auch irgendwie eher daneben gerutscht so dann doch nicht weil das ist kein konter das wird ja vom spiel unterbunden tatsächlich oh gute grätsche okay bin ich froh das ist einer von uns oh da war ich dran die grätsche ins leere leider jawohl gut geblockt auch stark und hinten raus ich dachte es wäre konter wir könnten hier schön konter fahren dem ist aber nicht so oh herrlicher pass eigentlich jawohl da komme ich sogar noch ran nein nicht rutschen rutschen das war genau falsch ui okay daneben vorübergehende spielstile nicht erreicht übungsergebnisse also ich bin irgendwie leicht entsetzt darüber dass wir jetzt nicht konter konnten das stand doch dort naja gut kommt wir gehen zum Anstoß und hier gehen wir wenn wir es können äh Partie spielen anpassen was haben wir denn rot gegen rot na halleluja ja da muss ich schon noch mal gucken ich wollte eigentlich noch in die Pressekonferenz ich hoffe da bin ich jetzt nicht schon drüber gerutscht also wir bleiben mal rot und dann spielen die Lauterer hier ja ein bisschen schwarz die spielen Schiedsrichter fast schon haben wir es geändert wir sehen es gleich rot gegen schwarz jawohl war das beim Teammanagement dass wir eine Pressekonferenz haben nein was haben wir hier eingestellt ich glaube immer noch die Konter okay gut das lassen wir wenn ich hier auf Partie spielen gehe da kommen die Partie rein sehe ich das richtig ich glaube schon wo war denn die Pressekonferenz oder ist die tatsächlich doch nicht bei jedem Spiel das war ja in der 23er Version auch nicht so dass man da tatsächlich dann vor jedem Spiel eine Pressekonferenz hatte das ist halt praktisch um die Moral hochzukriegen ist ganz klar oh da haben wir wieder Ausschnitte aus der Simulation ne doch 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 mal gucken wer ein Tor schiesst ne das ist doch nicht Simulation das ist einfach der ganz normale Anfang oder doch nicht wir haben wir Herrn Corona der interessanterweise Tecato heisst auch noch ich wäre für Tecato gut kommt wir gehen rein was haben wir eigentlich für ein Wetter das sieht halbwegs vernünftig aus wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots Ziel logisch drei Punkte das wird aber ein hartes Stück Arbeit das ist auch klar oh komm kann ich den anwählen danke schön jetzt hat es auch noch geklappt oh der ist ganz das geht ja gut los die Kaiserslautreue wie die Feuerwehr kommen sie wie ist es denn wahr mit einem Hackentrick zum Glück ist da Frank auf dem Posten das hätte bereits klingeln können das wäre es dann hier gewesen das wäre mal wieder ein Anfang gewesen oh nicht eine Ecke nein wir sind doch dermassen schwach auf Ecken haut ihn weg ne er kommt natürlich an den Ball hier ist klar kein Schaden zum Glück aber dass der halt auch wieder an den Ball kommt es ist aber wir sind dermassen schwach in der Luft und das obwohl da eigentlich Fischer stand gut also zusammenreissen und gut spielen das wäre fast ein Faul geworden Lauf ganzen oh schade wenn da Kleindienst an den Ball gekommen wäre wir sind halt wieder bei hätte hätte Fahrradkette wäre drei Leute lässt er da stehen nein nicht rutschen rutschen oh gut gemacht allerdings gut gemacht von Lund ebenfalls jawohl Seite wechseln sowas gefällt mir immer sehr gut oh gut hier auf Back auch stark jawohl auch stark komm Herr Kleindienst stark nochmal stark nein da ist ein Fuss im Weg oh schade und dann der Ball tatsächlich hier von Kaiserslautra halt wirklich sehr genau das ist auch ein bisschen lästig gleich nochmal kontern Rove unser starker Mann spielt dann lieber den Pass guter Ball jawohl stark auf Backer gut geht er durch oh das ist ein Fuss im Weg aber wir machen einen gewissen Druck jetzt müssen wir da noch ein Tor rauskriegen der Druck alleine bringt uns natürlich herzlich wenig ja eigentlich gut die Kopfballduelle eigentlich gewonnen und dann aber den Ball trotzdem nicht gehabt ganz schlecht oh ja da wurden wir sozusagen mach weg ich kann meinen Satz nicht mal beenden ist aber egal ist auch nicht so wichtig ja Rove nimmt die Kugel mit guter Wechsel Rove gefällt mir halt einfach immer besser tatsächlich stark auf Jansen oh schön zwischendurch Herr Becker laufen sie jawohl einfach über den Flügel und der Herr Kleindienst steht wo er stehen muss und macht das Ding sehr gut aber die Vorarbeit ganz klar von Becker gut gemacht da draussen Kleindienst ja er ist halt schon Torschütze vom Dienst der hat dann auch mal ein zwei Spiele wo er halt nicht trifft mein Gott das ist das los jeden Torjägers das kann passieren gut von Becker hier tatsächlich ganz weit an die Linie und dann der passt auch noch im richtigen Moment so dass Kleindienst doch noch Zeit hat wie heisst so schön den Ball zu verarbeiten ja da kann er sich halt die Ecke aussuchen das ist natürlich für den Torwart ein bisschen Käse wenn da der Stürmer so dasteht gut 1-0 wir gehen mal wieder in Führung das ist immer ein bisschen hin und her einmal gehen wir in Führung wir haben jetzt aber auch ein paar Spiele gehabt wo wir halt tatsächlich Probleme hatten und eben alles andere als in Führung gingen oh gut gemacht jawohl auch stark wieder auf Becker der geht hier gut durch oh da kommt leider der Ball nicht an das wäre wieder ein Pass gewesen auf Kleindienst ja oh ich hatte ihn doch jetzt habe ich ihn wieder Herr Rove machen sie was gut auf Kleindienst macht er auch gut auf Becker oh stark von Becker das macht er tatsächlich einfach oh gut aber da müsste er passen bis sie in die Mitte äh schärfer kommen da hat natürlich der Torwart gewusst was passiert gut vom Kleindienst der hinten aushilft ja der Herr Becker wird nicht angegriffen dann macht er das mal wieder alleine jetzt muss er allerdings doch noch spielen und ein Schuss von Corona und das Ding hängt oh ich habe es in dem Moment gerade gedacht der Mann hat doch einen Schuss uiuiuiui was für ein Treffer wow okay wir sind da wir sind voll da wow also ich staune nur noch dass der reingeht gut gemacht hier und da ist dann halt frei ja und der hat halt einen Schuss der Mann wobei äh ich sage mal ein guter Torhüter ja er sieht den Ball zu spät wahrscheinlich der Torhüter deswegen geht er zu spät runter da muss ich das wieder zurücknehmen mit einem guten Torhüter wenn du den Ball nicht siehst siehst du ihn nicht aber schön zweiter Treffer von Herrn Corona sauber okay haben wir schon mal 2-0 geführt zur Pause ja ist aber schon eine Weile her behaupte ich da haben wir die Kugel tatsächlich schon wieder oh schön gemacht fast 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 das zweite Tor von Corona oh auch schön gespielt direkt das Ganze kurz vor der Pause Wiederholung gibt es leider keine ich komme nicht ran so schlecht war die Ecke gar nicht behaupte ich oh gut hier von viel schon wie er da dem anderen den Ball abluckst ja 2-0 ja da bin ich natürlich für einmal tatsächlich zufrieden zur Pause jetzt müssen wir nur gucken dass wir nicht in der zweiten komplett versagen wie sieht es aus ja sieht besser aus mit der Physis der Leute also das macht halt schon was aus was man dort einstellt die sind ja alle fit da müssen wir gar nichts machen Corona war ja im letzten Spiel zur Pause hin schon im Eimer weil wir da halt tatsächlich Fokus auf Leistung hatten ja dann lassen wir das ich sehe da keine Not zu wechseln ich sehe da eher Rot vielleicht das dritte Tor anzustreben damit wir enghültig Ruhe haben so in Ruhe aufbauen machen wir auch Rove dann mit dem Energieanfall und einer schlechten Flanke genau auf dem Torwart das sollte nicht passieren bei einem Rove schon gerade gar nicht aber das gefällt mir jetzt gewinnen wir tatsächlich auch mal ein Kopfballduell gut auf Kollege Dings und Fuss im Weg Kollege Dings vor allem Corona war es guter Pass auf ihn und da muss ich mich auf Schiessen konzentrieren aber jetzt verlieren wir leider wieder Zweikampf geht rauf jawohl gut von Malinowski der da spekuliert hat und das gut gemacht hat Droh und Rove halt mit einer kleinen Drehung Kleindienst sehr gut Lauf oh stark oh in den Rücken gespielt ärgerlich und da ist gar keiner von uns sag mal unsere Abwehr ist aber schon irgendwie jetzt kommen sie hier daher mit Tempo das ist immer gefährlich komm haben wir jawohl gut nein nicht wieder dem zurückgeben das war natürlich Mist ja aber das ist da gar kein Problem für Frank da muss er nicht mal irgendwie auf den Boden spiel ihn jawohl gut gemacht jawohl Corona mit dem Seitenwechsel kein Abseits der Herr Becker oh stark lauf nochmal einen Schritt oh da ist wieder ein Fuss im Weg aber schöner Angriff da wird auch gleich gerutscht und wir haben die Kugel wieder ja wir spielen gut also jetzt gefällt es mir wir spielen viel besser wie auch schon ja faul doch faul wir sollen wechseln Becker Köhler lassen wir Becker darf gerne durchspielen was ein faul doch war ein faul ja wir hauen den einfach mal irgendwie so plus minus zum fünfer würde ich sagen wenn ich es hinkriege keine Ahnung ach halt das war auch nichts wir haben aber die Kugel nochmal oh nochmal Robe und Robe halt mit Tempo geht er hier durch ja da muss schärfer der Schuss kommen oh und dann der Nachschuss das ist mit zu wenig Wille irgendwie mit zu wenig Wille gibt es doch nicht Robe Köhler lassen wir auch ich möchte tatsächlich jetzt hier nicht uns schwächen es steht ja 2-0 es steht nur 2-0 das dürfen wir nicht vergessen das ist doch nicht so eine schlecht getretene Ecke eigentlich kommt er gut gemacht da wird er wieder nicht angegriffen deswegen geht er da mal durch auch stark hier auf Malinowski oh stark von Malinowski jawohl das war schön rausgespielt und Corona macht sein zweites Tor hui plötzlich läuft es gibt halt so Tage ja da geht gar nichts kennen wir auch und dann gibt es Tage ja da läuft es wie am Schnürchen das haben wir jetzt gerade sehr schön nicht mehr allzu schwer für den Kollegen hier und das 3-0 ist dann doch eine gewisse Sicherheit da würde ich tatsächlich dann doch folgendes machen Corona eine Pause gönnen Haas rein Fischer eine Pause gönnen Schröder rein Jansen eine Pause gönnen Nishimura dann muss er nicht dann muss er nicht mal die ganze Zeit reklamieren und für den Herrn Becker kommt noch der Herr Köhler vier Wechsel ich hoffe trotzdem dass das irgendwie jetzt noch bei dem 3-0 bleibt oder wir eher ein viertes schiessen als eins kriegen mal gucken ist natürlich eine Qualitätseinbuße die wir hier haben das ist ganz klar boah Fasnacht Fasnacht sei ich schon ne Fasnacht haben wir nicht oh da fällt mir ein ich wollte eigentlich auf der Transferliste mal noch nach Herrn Zigi gucken von wegen Torwart das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben falls ich das vergesse oh ich schwach ich muss sagen ich bin also ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht von der Leistung von Kaiserslautern die sind ja doch weit oben aber was wir hier jetzt sehen gut man kann natürlich auch sagen wir spielen halt stark Herr Rove wieder mit einem Energieanfall geht hier aber mal durch oh wie stark er das macht ja jetzt muss er irgendwo mal abspielen macht er dann tatsächlich auch Haas da ist ein Fuss im Weg Haas setzt nochmal nach oh fast hier einer drauf lass die hier nicht im Mittelfeld rum spielen oh daneben gegrätscht ungefährlich oh da ist er Ballunt halt wieder mit Wille sehr gut wir sollen nochmal wechseln Frank Müller machen wir auch mal noch so jetzt haben wir wirklich die halbe Mannschaft ausgetauscht können uns aber bei einem 3-0 denke ich auch mal leisten dass die auch mal spielen und unsere Hauptakteure ah eine Ecke ja klar doch das war schon wieder kompletter Käse haut den weg sehr gut also manchmal muss der Ball einfach auch weg und dann müssen die Stürmer halt wach sein oh der macht hier Ballerina und verliert die Kugel nicht der Kleindienst ist hier hinten auch zugange jawohl gute Grätsche von Haas spiel ihn und dann ist das Ding durch ja ich würde sagen diskussionslos 3-0 wir waren sicher die bessere Mannschaft heute von Kassel Lautern bin ich enttäuscht von uns ich würde sagen das war sicher eins der besseren Spiele ganz klar 3-0 gegen Lautern musst du erstmal hinkriegen wie gesagt die sind nicht irgendwie unten in der Tabelle die sind ja relativ weit oben alle zufrieden sehr schön die Zuschauer zufrieden ja Kleindienst zufrieden hat ein Tor geschossen ja und unser Herr Corona hat gleich mal zwei Tore geschossen der wird auch noch zum Goalgetter hier irgendwie ich bin überzeugt ist euch das schon mal aufgefallen jedes Mal wenn ich hier klicke und wir dann hier landen dann hast du für eine hundertstel Sekunde so ein Bild aus dem Spiel irgendwie habe ich das Gefühl als würden dann die Höhepunkte kommen und irgendwas verhindert dass die gezeigt werden ist das ein Bug ist doch komisch es wäre wirklich schön wenn man so eine minütige Zusammenfassung hätte nach dem Spiel also das kann auch nicht so schwierig sein na gut wir haben sie ich weiss wir könnten jetzt hier irgendwie die Höhepunkte noch gucken aber das finde ich dann doch eher mühselig muss ich gestehen gut wie sieht das in der Tabelle aus wir sind wieder auf der drei und zwar mit gleich viel spielen wie die Hertha das ist schon mal gut der HSV der zieht da halt weg wobei guck mal jetzt sind es tatsächlich äh wie viele Punkte sind das drei acht acht Punkte Rückstand wir hatten schon zehn wir haben drei Punkte Rückstand auf Schalke und die Hertha hat jetzt wieder zwei Rückstand auf uns sehr gut wir sind im Fahrplan würde ich sagen das nächste Spiel oh gegen den HSV ui ui ok also das nächste Spiel haben wir dann allen Ernstes genau gegen den Tabellenführer ja wenn wir das gewinnen dann ja wenn wir es verlieren ist natürlich das Ganze dann durch mit Platz 1 aber Platz 1 ist auch nicht unser Ziel wir wollen hier oben mitspielen im Moment wären wir auf einem Relegationsplatz ja gut ich danke euch fürs Zusehen hoffe ein bisschen Spass gemacht das 3 zu 0 und dann hoffe ich wir sehen uns morgen wieder macht's gut bis dann tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017